Hey Leute, was geht ab? Euer Pex, du werdet erst am Start und heute wünsche ich euch recht herzlich willkommen zur dritten Folge Es müllert wieder Ja Leute, vorweg muss ich leider sagen, es gibt heute nur ein Online-Spiel, weil ich es sonst nicht schaffe hochzuladen etc. Aber deswegen versuche ich heute mehr Spielzähne reinzuschneiden, weil wenn ich jetzt zwei Spiele machen würde, würde das Video, denke ich mal, nicht pünktlich kommen. Aber auf jeden Fall gibt es heute leider nur ein Spiel. Nächstes Mal sind wir zwei dafür am Start, aber ja, ich denke mal, kein Problem sollte es eigentlich nicht sein, kein Problem. Wie gesagt, wir können am Ende immer noch zwei erhöhen, weil wir haben immer noch 1077 Münzen vom letzten Mal, da haben wir ja nicht so eine starke Spieler geholt. Ich glaube, Mjadke war es und Fahne, hier, Kalla und Mjadke, glaube ich, haben wir letztes Mal geupgradet. Mal schauen, welche Spieler wir dieses Mal geupgraden. Ich denke mal, den linken Mittelfeldspieler und den anderen Verteidiger, denke ich mal, oder Rechtsverteidiger. Mal schauen, was mal so geupgradet. Auf jeden Fall suchen wir uns erstmal unseren Online-Gegner. So Leute, da haben wir unseren ersten Gegner. Er hat ein Barcelona-Trikot. Eigentlich wollten wir ein Bayern-Trikot spielen, aber er ändert sein Trikot nicht. Deswegen müssen wir jetzt hier in dem Deutschland-Klassik-Trikot spielen. Ihr habt es schon gesehen. 32 Chemie hat der Spieler, ja, er packt einen rechten Mittelfeldspieler im ZDM und einen mittelstürmer im rechten Mittelfeld und einen linken Mittelfeld im ZDM. Also ich denke mal, er hat nicht so viel Ahnung von Ultimate Team. Er hat erst gerade angefangen und hat noch keine Coins. Entweder oder, aber ich denke mal, beides. Es geht hier gleich mal ab, hier, Pfandrich. Pfandrich auf Maurice. Gleich mal in der ersten Minute. Maurice zieht ab und Maurice trifft das Außennetz leider. Thomas Müller, Thomas Müller. Jetzt mit einer Roulette. Jawohl, Thomas Müller, mach ihn. Nein, der Keeper hält noch. Der Keeper, wie kann er den noch halten? Wie kann er den noch halten hier? Schön mit Pike, Thomas Müller, glaube ich. Hier schauen wir uns mal an. Zack, jo, mit Pike haut er das Ding drauf, aber der Ronaldinho da im Tor hält ihn, weil Ronaldinho hat ja auch einen Pferdeschwanz und der Keeper hat auch einen Pferdeschwanz. Sagt man das so für die Haare, glaube ich. Auf jeden Fall gibt es hier eine Ecke. Thomas Müller, vielleicht können wir die irgendwie noch hier reindrehen. Und da Kopfball, 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 Latte. Das gibt es doch gar nicht. Komm, schieß rauf, schieß rauf, schieß doch mal rauf da. Das gibt es doch gar nicht. Geklärt hier. Jawohl, Wittek. Wittek mit einem Traumlaufpass auf Thomas Müller. Und Thomas Müller, Thomas Müller, da schippert es im Karton, Leute. Thomas Müller mit dem 1-0 in der Hälfte-Spie-Minute. Ich glaube, es ist sein fünftes Tor in der Serie. Auf jeden Fall, ja. Bei jedem zehnten Tor mache ich ja einen Premium-Gold-Sit-Auf, wo ich dann halt alle Goldspieler übernehmen darf. Ich denke mal, das ist eine gute Regelung, weil eventuell ziehe ich ja dann Messi. Ich glaube aber ja nicht. Auf jeden Fall hier 1-0 in der Hälfte-Spie-Minute. Thomas Müller. An diejenigen, die die erste und die zweite Folge gesehen haben, die wissen ja, wie Maurice abgeht. Leute, wenn nicht, schaut euch die erste und die zweite Folge nochmal an, Leute. Maurice, der geht sowas von ab. Unser Gegner wieder mit Ben Jetta, aber Konrad, der steht auch richtig gut hinten. Es ist abseits, Fandrich, Fandrich abseits, schade. Und zwar hier Fandrich fast durch gewesen, eventuell ein bisschen durchgelackt, aber lacken muss man ja am FIFA haben, na Leute. Kala verliert den Ball, ah ja, ja, jetzt Konter hier, Konter, Elsa. Das ist der einzige Goldspieler im gegnerischen Team. Davis, aber schön von Konrad, Leute. Ich glaube, Konrad und Maurice sind die letzten beiden Bronzespieler, die ich verbessern werde. Erst, wenn mein ganzes Team halt Bronze-Ware ist, kann ich halt anfangen mit Silber-Spieler. Also von Bronze-Ware zu Silber. Also wenn mein ganzes Team Bronze-Ware ist, dann kann ich erst anfangen von Bronze-Ware zu Silber-Upgraden. So, jetzt Kala, schöner Pass hier von Maurice, glaube ich. Und Kala mach ihn. Und Kala macht das 2-0 hier in der 930-Spie-Minute. Das Kadite, 2-0, Leute. Ich glaube, der Gegner hatte gar keinen Schuss aufs Tor. Oh, Thomas Müller, jawohl, schöner Pass auf Handrich. Und Handrich jetzt nochmal weiter auf Maurice. Und Maurice, Maurice macht das 3-0. Zwei Minuten später, nachdem das 2-0 gefallen ist hier. Schöner Pass nochmal in die Mitte. Und ja, Maurice ist halt einfach ein eiskalter Stürmer da vorne. Wenn ihr ganz wenige Coins habt und ein Bronze-Team machen wollt, sage ich mal, holt euch Maurice. Das ist die Tor, ja, wie sagt man das? Die Tor-Garantie, hundertprozentig, Leute. Das ist ein Tor, einfach, der macht jedes Ding eigentlich vorm Tor rein. 4-0 schafft er nicht mehr aufzuholen, alleine schon, weil er null Schüsse aufs Tor hat. Wäre der Gegner jetzt gut und wir würden 4-0 führen, dann würde ich sagen, vielleicht schafft er das Unentschieden noch. Aber er ist ja schlecht und wir führen 4-0. Das ist, ja, das ist einfach so. Auf jeden Fall schauen wir uns mal die Statistik an. Ich denke mal, der Gegner hat null Schüsse. Der hat einen Schuss. Was, Alter, was, was, was? Wo hat er den Schuss her geklaut? Auf jeden Fall hat er null Schüsse aufs Tor. Wir haben sechs Schüsse aufs Tor und vier Tore, 56% Ballwitz. Aber ich denke mal, die Statistik ist eindeutig. Wir sind klar besser. Wir sind die überlegende Mannschaft. Überlegende Mannschaft? Ja, so sagt man es auf jeden Fall. Sehen wir uns in der zweiten Halbzeit wieder. Oh, oh, jetzt kommt der Gegner mal. Davis. Davis, 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 Davis. Macht das 4-1, Leute. Macht er doch hier noch hier das 4-4. Ich habe ja in der Pause gesagt, der Gegner ist eigentlich richtig schlecht. Und jetzt kommt er hier auf einmal durch mit Charlie Davis. So fand ich. Verliert den Ball, aber Kala holt sich den Ball wieder. Der ist richtig stark. So, jetzt auf Maurice. Maurice. Freistoß. Für uns Freistoß. Thomas Müller. Der ist jetzt nicht so der Freistoß-Experte. Aber wir probieren es einfach mal. Wir haben keinen besseren. Thomas Müller, Thomas Müller, Thomas Müller. Aber der Keeper hält. Der Keeper hält. Der war gar nicht so schlecht geschossen von Thomas Müller. Ben Yedda. Ben Yedda. Ben Yedda. Alter, was macht denn Sattelmeier da? Was macht denn Sattelmeier da? Jetzt steht das 4-2 bei ihr. Alter, umso mehr Gegentore wir bekommen, umso weniger Coins bekommen wir. Und umso schlechter sind die abgegradeten Spieler von uns. Auf jeden Fall, was macht denn Sattelmeier da, Leute? Ich verstehe es nicht. Fandrich jetzt hier. Jetzt müssen wir das mal nachlegen. Zack, Fandrich. Leute, sage ich ja. So ist der Anschluss-Trick. Und dann rennen wir einfach hier durch und machen das Tor. Zack. Jetzt macht der Gegner, ähm, jetzt macht der Gegner schon Keeper auch. So ein Fehler wie mein Keeper eben. Oder wie unser Keeper eben. Einfach was, ja. Eigentlich, wie muss man da eigentlich, eigentlich muss man da aber EA anrufen. Und was macht der Keeper da? Das muss man so fragen. Diese Szene muss man am EA schicken und dann einfach mal fragen. EA? Ist das dein Ernst? So muss man das einfach mal fragen. Auf jeden Fall hier. Clemens Fandrich in der 68. Spielminute, 5 zu 2. Oh, schlimmer Fehler von unserem Gegner. Ballrolle zockt. Maurice, 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 Maurice. Easy. Und es gibt Elfmeter, Leute. Es gibt Elfmeter, natürlich schießt den Elfmeter Thomas Müller. So, mal schauen. Zack, hier Ballrolle. Und mach hier nochmal nach, ja, wie nennt man den Trick hier? Zurückziehen oder irgendwie sowas? Keine Ahnung, auf jeden Fall hier. Thomas Müller schießt natürlich den Elfmeter. Er könnte sein siebtes Ding machen. Macht er vielleicht sein siebtes Ding? Ich schieße halb 8 rechts oben. Und ja, Leute. Zack, so einen Ball hält eigentlich fast kein Keeper. Eigentlich schieße ich meinen Elfmeter eigentlich immer rein, sage ich mal. Ich schieße ihn immer mit sehr viel Kraft unter die Querlette. Aber versuche ich zumindest. Hier nochmal Thomas Müller. Zack. Und ein Querlette war es jetzt nicht. Aber versuche ich immer. Aber der Keeper hat er nicht gehalten. Deswegen ist es gut gegangen. Auf jeden Fall hier Ben Yelda mit dem Anschlusstrick. Ben Yelda kommt ja durch. Also ich kann ihn eigentlich, eigentlich kann ich ihn gut verteidigen in den Anschlusstrick. Jetzt zack, fand ich. Parker. 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 Weiter auf Thomas Müller. Thomas Müller. So hat er das eigentlich immer gemacht. So sich die Tore hat er immer gemacht. Jetzt gibt es hier den nächsten Elfmeter, Leute. Es gibt den nächsten Elfmeter. Könnte Müller sein 8es Ding machen in der Serie. Auf jeden Fall. Hä? Doch. Eigentlich gibt es Elfmeter aber nicht. Ja, sage ich. Es gibt Elfmeter. Ich habe eben schon nachgedacht. Hä? Haben wir gefoult? Aber nee, nee, nee. Wir können hier auf jeden Fall das 7 zu 2 machen mit Thomas Müller. Jetzt schießen wir einfach mal. Ja, wir schießen mal flach in die Mitte, Leute. Ich probiere einfach mal flach in die Mitte. Das interessiert mich mal, ob der Keeper das hält. Flach in die Mitte. Oh, wir versuchen flach in die Mitte zu schießen. Ja, Leute. So geht auch rein. Keeper bleiben eigentlich. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Aber die meisten springen eigentlich ja rechts über links in die meisten. Ja, die bleiben nicht in die Mitte stehen. Und flach in die Mitte. Das geht auch gut. Okay, jetzt kommt der Gegner nochmal hier. Davis, Davis, Davis. Und macht wirklich jetzt hier nochmal das 7 zu 3. Das gibt es ja gar nicht. Dieser Kack Davis, Mann. Der klappt eigentlich meistens auf jeden Fall hier jetzt ab. 7 zu 3 war gewonnen. Mal schauen, wie viele Münzen wir bekommen, ne? So, Leute. Wir bekommen auf jeden Fall 895 Münzen. Das heißt... Coinszähler. Ja, Leute. Auf jeden Fall haben wir jetzt 1.972 Münzen verfügbar für zwei Spieler. Ich denke mal... Mal schauen, welche Spieler wir verbessern werden. Wir gehen einfach mal weiter hier ins Menü. Jetzt lädt Ultimate Team. Ja, ihr kennt das ja sicherlich. Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon online gespielt. Auf jeden Fall hier. Gehen wir mal auf unsere Mannschaft. Welchen... Wir verbessern einfach mal Sattelmeier. Der hat mir jetzt nicht gefallen in diesem Spiel. Deswegen verbessern wir einfach mal Sattelmeier. Unseren Keeper. Und Parker. Hier der linke Mittelfeldspieler. Parker. Zack. Zack, zack, zack. Das heißt, wir suchen uns einen neuen linken Mittelfeldspieler. Und einen neuen Torwart. Schauen wir einfach mal Torwart nach. Bronze. Torwart. Opsala. Torwart, Torwart, Torwart. Machen wir mal so. Sofortkauf, Maximalpreis. Brauchen wir mal nicht einzubauen. Ach so, Deutschland. Habe ich vergessen. Deutschland. Wir möchten hier einfach ein Deutschland-Team bauen, weil Thomas Müller ist auch deutscher Spieler. Deswegen. Oh. Alomirovic. Der war geil. Leute von Dortmund. Alomirovic. Oder hier von Darmstadt. Platins. Bis jetzt ist eigentlich, ja, Platins finde ich am besten. Oder? Ja. Entweder den von BVB. Oder? Ja, ich denke mal, ich nehme Alomirovic. 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 Vielleicht nicht den Zladan Ibrahimovic, aber den Zladan Alomirovic. Hört sich fast so genauso an wie Ibrahimovic. Zladan Alomirovic. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall hier. Nimm mal den hier mit für 915 Münzen. Vom BVB, Leute. BVB hat ja gegen Hamburg 1-0 verloren. Also, das ist, ja, für die Dortmund-Fans eine erschreckende Nachricht. Aber für die Hamburg-Fans eine gute Nachricht. Ist ja klar, ne? Auf jeden Fall, ja. Hätte ich niemals mitgerechnet, dass Dortmund verliert. Ich habe so 3-0 getippt für Dortmund. Auf jeden Fall haben wir jetzt Alomirovic. Schwierige Name. Zladan Alomirovic. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch. Ich glaube, wie viele Münzen hatten wir jetzt noch zur Verfügung? Ich schaue mal kurz auf mein Handy. Das habe ich da gespeichert. 972. Das heißt, wir haben noch 1022 Münzen jetzt verfügbar für den linken Mittelfeldspieler. So, linkes Mittelfeld. Schalalalalala. Ach, Niederlande. Gucke ich jetzt. Wie nicht doof. Wie nicht doof. Wie nicht doof. So, Deutschland möchte ich natürlich gucken. Deutschland. Und da wäre Bröker. Ob der 1000 Münzen kostet, da ist eine andere Frage. Klaus, hätten wir das auch im Angebot. Obwohl Bröker aber richtig geil wäre mit 80 Füßes. Bröker, Bröker, Bröker. Dann haben wir noch Drexler. Dann haben wir die Billigvariante von Johann Drexler. Blöblöblö. Blöblö. Ja, Leute. Wir gucken einfach mal hier ins Nachbröker nach. Sofortkauf. Vielleicht haben wir ja Glück und bekommen ihn. Ja, wie heißt denn dieser Bröker mit Vornamen? Man kann ja kein Ö eingeben hier. Vornameister Thomas. Okay, wenn ich Thomas suche, dann kommen garantiert hier richtig viele andere Spieler. Thomas. Zack, 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 zack. Thomas Bröker, Bröki, Bröki, Bröker. Schön, Alter. Jetzt kann man hier nicht mehr Bröker suchen, oder was? Muss ich halt so einstellen. Bei Köln-Spieler, glaube ich. Ja, Köln. Also wenn er irgendwie 1000 Münzen bekommen, wären wir richtig gut dabei. Weil wir haben ja nur 1000 Münzen zur Verfügung. Und da bekommen wir nicht diesen schönen Herrn Bröker. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Spieler holen. Hier Drexler. Drexler. Dominik Drexler. Mal schauen. Was hat er eigentlich für eine Workrate? Mittel, Mittel. Spezialbewegung 3. Also, oh ja, okay. Passt auf jeden Fall. Und den bekommen wir auch noch billig. Das heißt, wir können uns nächstes Mal wieder einen guten holen. Und wahrscheinlich einen schlechteren. Für etwa 300 Münzen kostet er. 300 Münzen kostet er. Das heißt, wir haben nächstes Mal noch... Ja, 1022 minus 300 ergibt 722. Das heißt, 722 Münzen haben wir jetzt noch verfügbar. Auf jeden Fall hier haben wir uns Drexler gegönnt im linken Mittelfeld. Ja, auf jeden Fall. Ja, war es das eigentlich schon wieder mit dieser Folge. Auf jeden Fall freue ich mich natürlich über jedes Like, was ich bekomme. Es müllert wieder, weil eure Unterstützung brauche ich. Ja, wie gesagt, eure Unterstützung bei solchen Projekten ist einfach geil. Ein paar Däubchen nach oben würde ich richtig abgeben. Auf jeden Fall sehen wir uns dann halt morgen wieder bei Trainerkarriere mit Tottenham. Auf jeden Fall bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Und dann bin ich raus. Haut rein. Euer PexTrader und ciao. Tschüssikowski.